Hallo alle zusammen und herzlich Willkommen zu einem neuen Trophäen-Video. Das Untitled Goose Game hat eine ganze Reihe versteckter Trophäen und eine davon ist lecker. Ob Kohl wirklich lecker ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf alle Fälle gibt es eine Trophäe, wenn ihr in Kapitel 1 Garten einen Kohlkopf auf die Picknickdecke legt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free To Play.